Nachdem Sängerin Leonie und Rapperin Katja Krasavitsch die DSDS-Jury verließen, werden neben Pietro Lombardi in diesem Jahr Rapperin Loredana und Schlagerstar Beatrice Egli, die die Castingshow 2013 gewann, an der Seite Dieter Bohlens auf Talentsuche gehen. »Ich nehme auf dem Jurorenstuhl auch Platz, um dem gesamten Team hinter den Kulissen, Dieter und vor allen Dingen auch dem DSDS-Publikum meinen Respekt und meine Dankbarkeit zu zeigen«, erklärte Egli anlässlich der Verkündung ihres Jurypostens im Dezember 2023 gegenüber RTL. Die Sendung sei und bleibe für immer der Ursprung ihrer Karriere. Es ist wie Heimkommen, so die Sängerin weiter, und jetzt freue ich mich darauf aus allen Teilnehmern gemeinsam mit meiner Landsfrau Loredana, Pietro und Dieter das nächste Talent bei DSDS in 2024 zu finden. Bevor die neue Jury ihre Arbeit aufnehmen konnte, mussten sich Egli und Bohlen aussprechen. Das erzählte Egli Anfang April in der MDR-Talkshow, Riverboat. »Wir haben eine Aussprache gehabt, und das war auch gut so nach zehn Jahren, so Egli. Es habe zwar keinen Streit zwischen ihr und Bohlen gegeben, wir haben uns allerdings zehn Jahre nicht gesehen, nachdem wir damals die Zusammenarbeit beendet haben. Und in zehn Jahren hat jeder seine eigenen Version gehabt, von dem, was war, und so hat sich jeder seine Sicht gesagt, und jetzt sind wir wieder auf einer Seite zusammen. Anfang 2024 hatte Beatrice Egli in einem Interview mit der Nachrichtenagentur, Spot on News, behauptet, dass Bohlen sie nach ihrem DSDS-Sieg nicht mehr unterstützt habe. Er hätte ihr dazu geraten, auf Englisch zu singen, obwohl sie bei deutschsprachigen Liedern bleiben wollte. Bohlen teilte einen Online-Bericht, der Eglis Vorwürfe zum Thema hatte auf Instagram. Er versah den Screenshot mit folgenden Worten. Das entspricht in keinster Weise der Wahrheit.